Einen wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zurück zur Mathematik und heute schauen wir uns Gruppen an. Gruppen sind für den Anfang wahrscheinlich ein bisschen komplex, aber man kommt ganz gut rein. Ich versuche euch alles mitzugeben, was ihr braucht und mit Gruppen eben auch warm zu werden. Und eigentlich ist es, wenn ihr zum Beispiel in eine Aufgabe gegeben habt, ey, da ist eine Gruppe, mach mal irgendeinen Beweis. Und dann heißt das für euch, okay, ich habe drei Axiome. Das sind die Axiome, die quasi Gruppen festlegen oder die für Gruppen festgelegt sind. Und die kann ich einfach benutzen. Das sind wahre Gegebenheiten. Wenn es heißt, beweise, dass Dingster, Boomster eine Gruppe ist, dann müsst ihr nur diese drei Axiome beweisen und seid schon fertig. Cool. Und wenn ihr eben eine Gruppe gegeben habt, müsst ihr das nicht beweisen, sondern ihr könnt annehmen, dass die Axiome gegeben sind. Deswegen die Axiome. Das Wichtigste hier allerdings an der Stelle mal ganz kurz. Wichtig ist, wir haben hier eine Gruppe nicht definiert auf nur einer Menge G, sondern es ist immer eine Kombination aus einer Menge und einer Verknüpfung bzw. Abbildung. Das heißt, diese Menge G hier, die ist wichtig, aber es ist auch immer zu betrachten, welche Verknüpfung wir haben. Wir schauen uns nachher noch zwei Beispiele an, wo dieselbe Menge genommen wurde für Zahlen, aber zwei unterschiedliche Verknüpfungen. Das eine ist eine Gruppe und das andere nicht. Und da wird es dann, ja, kann man sich recht gut dann verständlich machen, warum das so ist, aber es ist trotzdem super, super wichtig. So, und ich muss jetzt heute ein bisschen mitschreiben, hier. Wo ist mein Stift? Hier ist er. So, jetzt kann ich hier rumzeichnen, theoretisch. Ja, perfekt, kann ich. Okay, also, was macht eigentlich eine Gruppe aus? Das sind die Axiome. Wir schauen uns erstmal G1 an. Ich habe die durchnummeriert, G1, G2, G3. Ich weiß, super langweilig. Funktioniert aber ganz gut. Also, zunächst einmal muss diese Verknüpfung hier assoziativ sein. Das bedeutet, ich kann zum Beispiel, wenn ich eine Gruppe habe und diese Verknüpfung kringle, oder machen wir es mal konkreter, wir haben die reellen Zahlen und wir haben die Verknüpfung Plus. Wir wollen gucken, ob das zum Beispiel eine Gruppe ist. Und dazu müssen wir jetzt gucken, ist das Ding hier, also das Plus, ist das eigentlich assoziativ? Das heißt, wir schauen hier eigentlich für Plus auf den reellen Zahlen. Und, ja, wichtig ist, dass die Verknüpfung immer auf den reellen Zahlen bleibt, dass sie nicht irgendwie rausgeht. Also, zum Beispiel, wenn ich nur die Zahlen 0 und 1 in einer Gruppe habe und ich verundet, oder ich mache irgendwas mit denen, dann muss ich auch in dieser Gruppe, in dieser Menge drin bleiben. Ja, das heißt, ich darf nicht rausgehen mit meinen Ergebnissen. Aber das sollte bei Plus und den reellen Zahlen eigentlich gegeben sein. Und assoziativ bedeutet nichts anderes, als ich kann die Klammern setzen, wie ich möchte. Ich kann sie sogar weglassen eigentlich. Und da ein kleines Beispiel. Wir kennen alle die reellen Zahlen. Wir kennen alle Plus, glaube ich. Das heißt, wir können hier zum Beispiel 5 plus 3 machen. Das war keine gute Zahl, weil ich hätte 1 nehmen sollen. 1 lässt sich viel leichter schreiben. Super. Und jetzt soll das, wenn ich das so klammere, 5 plus 3 plus 1 soll dasselbe sein wie 5 plus 3 plus 1. Das soll genau dasselbe sein. Und das soll übrigens gelten für alle Zahlen. Ich mache hier unten drunter nur ein Beispiel. Wie kann ich das denn machen? Also, ist das wirklich gegeben? Naja, in dem Fall haben wir hier 8, also 8, hier vorne 5 plus 3 ist 8, plus 1, was 9 ergeben würde. Und hier sagen wir einfach hinten, okay, wir addieren zuerst die beiden Zahlen. Also 3 plus 1, was 4 ergibt, plus 5, was auch 9 ergibt. Das heißt, hier wäre das zumindest in unserem Beispiel gegeben. Ein Beweis würde jetzt von euch fordern, dass ihr das für alle Zahlen beweisen müsst oder zeigen müsst. Aber das ist ein bisschen schwierig, vor allem auf den reellen Zahlen. Deswegen lassen wir das jetzt erstmal noch aus. Zu den reellen Zahlen kommen wir noch. Ein kleines Gegenbeispiel an der Stelle wäre Minus als Verknüpfung. Minus auf den reellen Zahlen. Naja, hier, wenn wir 5 minus 3 haben, minus 1, ist das definitiv nicht dasselbe, wie wenn ich zuerst 5 minus und dann 3 minus 1 hier hinten geklammert mache. Weil, naja, 3 minus 1 wäre 2 und 5 minus 2 wäre 3. Und hier vorne sagen wir 5 minus 3 wäre 2, minus 1 wäre dann eben 1. Und das ist definitiv nicht dasselbe. Das heißt, hier mit Minus, im Endeffekt kommt es auf die Klammersetzung schon drauf an, bei Plus hingegen nicht. Und deswegen ist es in Ordnung, wenn man hier einfach sagt, okay, Minus ist nicht assoziativ, Plus zum Beispiel ist assoziativ. Müsste man allerdings doch richtig zeigen. Gut, wir machen mal weiter. Ich habe jetzt extra mal die Zeichnung übrigens gelöscht. Und zwar mit dem neutralen Element. Das neutrale Element sagt mir im Endeffekt, ich möchte übrigens auch in der Gruppe sein und ich möchte, wenn diese Verknüpfung verwendet wird, ist übrigens egal wie rum, also E, das ist das neutrale Element, kringel mit irgendeinem Element A, das muss für alle Elemente A hier auch wieder gelten, soll dasselbe sein wie A, kringel E und das muss am Ende A sein. Das heißt, es macht keinen Unterschied, ob ich E vorne drauf packe oder hinten drauf packe mit der Verknüpfung, am Ende muss A dabei rauskommen. Ein kleines Beispiel auch wieder hier auf den reellen Zahlen und Plus. Wenn ich irgendwas auf 5 drauf packe, dann muss das gleich 5 plus diese Zahl sein und das muss 5 sein. Ja, was ist denn, wenn ich es vorne drauf packe und hinten drauf packe, am Ende völlig egal. Also, was plus 5 oder 5 plus was ist 5. Naja, logischerweise 0, ja. Das heißt, ich kann hier einfach sagen, okay, mein neutrales Element in diesem Fall ist die 0. Ich darf ja das Element frei wählen. Es steht nicht da, das neutrale Element muss immer dasselbe sein. Es steht nur da, für die gegebene Gruppe, also für R und mit der Verknüpfung Plus muss ich ein neutrales Element haben. Und dieses neutrale Element darf ich eigentlich so wählen, sodass es halt passt. Es muss nur da sein. Übrigens, Funfact an der Stelle, es ist wichtig, dass dieses Element auch innerhalb der Gruppe ist. Es darf nicht außerhalb sein, aber das ist es meistens auch. Also, es ist schon meistens in der Gruppe, weil wir wollen ja auch mit dem Ergebnis dann in der Gruppe sein. Wichtig ist das allerdings eher für sowas wie Untergruppen. Dazu kommen wir aber wann anders. Übrigens, es muss für alle A gelten. Das heißt, ich mache das hier nochmal richtig, richtig fett. Für alle A bedeutet auch, das neutrale Element mit sich selber muss am Ende das neutrale Element ergeben. Also, 0 plus 0 muss am Ende 0 plus 0 sein, also 0 sein. Und ja, in dem Fall ist das gegeben, aber sicher ist es auf jeden Fall nicht. Das heißt, man muss es auf jeden Fall zeigen. Cool. Okay. Der nächste Schritt wäre, ein inverses Element zu finden. Ein inverses Element ist nicht das neutrale Element. Das ist das, das kann für jedes Element, oder es ist wahrscheinlich für jedes Element anders. Aber wichtig ist, dass ich mit dem inversen Element am Ende, also das ist erstmal für jedes A hier in meiner Gruppe G ein inverses Element auch in der Gruppe G gibt. Und wenn ich das verknüpfe mit meiner Verknüpfung Kringel hier, egal ob vorne dran oder hinten dran, ja, das inverse Element kann vorne dran stehen oder hinten dran stehen, am Ende muss E, also das neutrale Element, für diese Verknüpfung rauskommen. Jetzt nehmen wir nochmal hier unser R und Plus, ja, und überlegen uns mal ganz kurz, was hier nochmal das neutrale Element war. Das war 0, cool, dabei bleibt es auch erstmal. Und jetzt überlegen wir uns mal, was ist denn mein inverses Element? Das heißt, für welches Element, oder gibt es für jede Zahl ein Element, mit der ich am Ende das neutrale Element rausbekomme? Also, A plus was ist was plus A, um dann am Ende 0 rauszubekommen? Also, sowas wie zum Beispiel 5 plus, was machen wir hier ein? Minus 5 wäre doch zum Beispiel eine gute Idee. Und minus 5 plus 5 sollte auch 0 ergeben und dementsprechend haben wir unser inverses Element zumindest gedanklich gefunden. Nämlich mit A hoch minus 1 ist gleich minus A. Das kann ich ja machen, das ist absolut legitim, denn alle negativen Zahlen sind ja auch in meinen reellen Zahlen drin. Das heißt, wenn ich irgendwie 25.000 Millionen habe, dann kann ich trotzdem minus 25.000 Millionen nehmen und damit habe ich mein inverses Element. Wenn ich ein Drittel habe, kann ich auch einfach minus ein Drittel nehmen und habe damit auch schon wieder mein inverses Element und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich sehr, sehr schön, weswegen das auch relativ problemlos möglich ist. Wie gesagt, es gibt mit den reellen Zahlen ein paar andere Probleme, da schauen wir aber wann anders drauf. Aber für das inverse Element auf plus relativ gut machbar. Okay. So. Und das sind eigentlich alle drei Axiome, die wir brauchen. Es gibt allerdings noch ein, naja, viertes Axiom, wenn man möchte, wenn ihr eine spezielle Gruppe habt. Denn eine Gruppe kann auch eine sogenannte abelsche Eigenschaften haben. Abelsch steht auch gelegentlich für kommutativ. Ja, und dann habt ihr eine kommutative Gruppe oder auch abelsche Gruppe. Ist total bescheuert, dass die das hier abelsch nennen, aber in den meisten Prüfungen oder in den meisten Vorlesungen wird es auch abelsch genannt. Und dementsprechend habe ich hier auch mal beides aufgeschrieben. Kommutativ sagt euch allerdings vielleicht eher was. Dann haben wir nämlich das Kommutativgesetz. Und das bedeutet so viel wie ich kann beide Zahlen einfach so hinschreiben in der Reihenfolge, wie ich es möchte. Auch wieder hier kurz das Beispiel der reellen Zahlen. Ups, und Plus gewählt. Das ist kein schönes R geworden. Die reellen Zahlen und Plus sind im Endeffekt kommutativ. Das heißt, ich kann hier schreiben 5 plus 4 oder 4 plus 5. Das ist genau dasselbe, weil ich es umdrehen kann. Und das muss halt gelten für alle Elemente innerhalb meiner Gruppe. Und wenn es auch nur ein einziges Element gibt, wo das nicht gilt, dann haben wir schon ein Problem. Dann geht es nämlich nicht mehr. Aber meine Elemente kann ich da einfach so hinschreiben, wie ich das möchte. Und dementsprechend wäre dann auch eine Sache abelsch beziehungsweise eben kommutativ. So, jetzt schauen wir uns das aber nochmal an mit den konkreten Beispielen. Also, wir haben ja quasi schon so eins angerissen. Ja, mit den reellen Zahlen ist es ein bisschen schwierig zu arbeiten manchmal. Deswegen schauen wir uns nochmal ganz konkret zwei Gruppen an oder zwei Möchtegern-Gruppen. Wir gucken mal, ob zwei Sachen eine Gruppe sind oder nicht. So rum sollte man es eher formulieren. Wir fangen an mit Z und Mal, ja. Sind die ganzen Zahlen und der Malpunkt, der Maloperator eine Gruppe. Und Multiplikation, ein kleiner Spoiler, ist generell immer ein bisschen schwierig. Aber, wir gucken mal. Wenn wir irgendwie Multiplikationen machen, dann haben wir grundsätzlich auch eine Assoziativität. Das ist ganz toll. Denn ich kann schreiben 2 mal 3 mal 4 oder 2 mal Klammer auf 3 mal 4 oder ich kann schreiben 2 Klammer auf 2 mal 3 Klammer zu mal 4. Ist völlig egal. Das Ding ist Assoziativ. Ich kann das hin und her erreichen, wie ich möchte. Ich kann die Klammern setzen, wie ich möchte. Die Eigenschaft haben wir erfüllt. Okay. Nächster Schritt wäre das neutrale Element und auch hier haben wir eine Möglichkeit. Denn das neutrale Element für die Multiplikation ist meistens eigentlich immer die 1. Denn 1 mal irgendwas ist immer die Zahl selber. Und ob es jetzt die Zahl mal 1 ist oder andersrum ist eigentlich auch egal. Dementsprechend haben wir eigentlich auch ein neutrales Element mit der 1. Und die 1 ist in der Gruppe drin, also es ist auch kein Problem. Cool. Jetzt haben wir aber bei dem Inversen ein kleines Problem. Und zwar folgendes. Was ist denn mein Inverses für 2, sagen wir einfach mal. Naja, um 2 zu 1 zu bekommen. Also wir haben hier oben gesagt, wir haben als neutrales Element die 1. Und ich möchte, dass mein Inverses mal meiner Zahl oder auch andersrum meine Zahl mal meinem Inversen 1 ergibt. So. Jetzt fülle ich das hier tatsächlich einfach mal aus für eine Zahl 2. 2 ist in meiner Gruppe Z, ist quasi die einfachste Zahl nach der 1. Und ich möchte hier ganz gerne mein Inverses haben. Tja, was mal 2 wäre 1? Naja, aus den reellen Zahlen kennen wir die 1 halb beziehungsweise 0,5. Und da haben wir das Problem. Das ist mein einziges Inverses für meine Zahl 2. Ich habe also keine Möglichkeit meine Zahl 2 in der Gruppe Z umzudrehen. Denn 1 halb ist nicht in meiner Gruppe Z drin. Es ist ja gar nicht möglich 0,5 in die ganzen Zahlen zu stecken. Dementsprechend habe ich hier kein Inverses für einen Fall, den ich gefunden habe. Und es muss allerdings für jedes Element hier was geben. Es muss quasi überall ein Inverses vorhanden sein. Und wir haben ein einziges Gegenbeispiel schon gefunden. Und dementsprechend können wir direkt sagen, das ist definitiv keine Gruppe. Also Z und Mal ist keine Gruppe. Weil eben ich kein Inverses für Haufen Zahlen finden kann. 1 ist eine der wenigen Zahlen für die es gibt. Aber 2 hat keins, 3 hat keins, 4 hat 5, 6, 7 und so weiter und so fort. Und dementsprechend habe Z Komma Plus. Also die ganzen Zahlen und die Operation Plus. Und hier habe ich euch eigentlich schon mal die Lösung geschrieben, wenn wir das vorhin schon relativ ausführlich behandelt haben. Plus ist assoziativ. Ich kann die Klammern setzen, wie ich möchte. Das neutrale Element ist für die Plus Operation eigentlich immer 0 und 0 ist minus 5. Das Inverse zu 42 ist minus 42 und diese Zahlen sind in meiner Gruppe drin. Zu 0 wäre das Inverse 0. Also das heißt ich habe auch ein Inversus gefunden. Das sind immer so die Grenzfälle. Das heißt auch da habe ich ein Element in meiner Gruppe das ich weil Plus ist Kommutativ das heißt ich kann schreiben 5 plus 3 oder 3 plus 5 ist völlig egal und das gilt für jedes Element hier. Dementsprechend ist Z plus eine Gruppe aber jetzt als kleine Übung was ist denn wenn ich hier nicht Z habe sondern die natürlichen Zahlen ist das auch eine Gruppe denkt da mal drüber nach ich verrate euch die Antwort hier aber ihr müsst mir in den Kommentaren schreiben warum das nicht so ist warum ist N und Plus keine Gruppe woran hapert und damit bis zum nächsten Mal Ciao